Pitch Nummer 5 Oh, jetzt wird der, jetzt kommt ein ganz schlimmer Abschnitt. Übrigens haben wir die Titel vergessen. Wir haben das nicht alle, ist egal. Pitch Nummer 5 kriegt einen Titel und der Titel heißt Angst. Was aber zurückbleibt und am Orte alt wird, das lernt dann nachträglich arbeiten. Und zwar jene krabbelige Arbeit von tausend kleinen Dingen, die man eigentlich nicht gelernt für den täglichen Kreuzer. Und die alternden, verarmten sie halt wieder. Mit ihren Weibern und Kindern sind die emsigsten Leutchen von der Welt. Nachdem sie das erlernte Handwerk aufgegeben und es ist rührend anzusehen, wie tätig sie dahinterher sind, sich die Mittelchen zu einem guten Stückchen Fleisch von Ehedem zu erwerben. Ach, das ist grauenhaft, das macht einem wirklich schon fast Angst. Ich meine, das ist so Altersarmut von Künstlern, kommt einem da in den Sinn. Künstler, die plötzlich irgendwie, keine Ahnung, wechseln. Nicht Regisseur mehr sein dürfen, sondern irgendwie. Ja, Leute, die einen Traum irgendwann eben aufgeben müssen. Das wir ja vorhin besprochen haben. Dass man dann irgendwie merkt, okay, meine Zeit ist aus, ich habe es nicht geschafft und ich habe jetzt ein Kind. Und jetzt muss ich irgendwie halt zum Müllabfuhr. Aber das macht einem wirklich Angst, diese Stelle. Also mir zumindest. Und die treibt sehr wahrscheinlich einen vorwärts. Oder die treibt einen in der Nacht, in der Stunde des Wolfs. Ingrid Bergmann, nicht Ingrid Bergmann, Ingrid Bergmann. Ein wunderbarer Film, die Stunde des Wolfs. Das ist die Zeit zwischen drei und vier, wo man aufwacht. Und dann hat man solche Ängste, wie bei diesem Pitch Nummer fünf zum Thema Angst thematisiert wurde. Ja, bist du einverstanden, dass wir weitergehen? Ich bin einverstanden, dass es mir Angst macht. Wir können gerne weitermachen. Dann gehen wir jetzt zu Pitch Nummer sechs. Und dann gehen wir jetzt zu Pitch Nummer sechs.